8 Uhr. Jetzt checken wir gleich die Ausrüstung zusammen mit den Guides. Wir haben schon gefrühstückt. Gestern war noch ein Abendessen mit der Truppe, mit der ich jetzt dann unterwegs sein werde. Wir sind zu acht. Sechs Teilnehmer und zwei Guides. Es geht jetzt die nächsten Tage durch den Paria Canyon als geführte Backpacking Tour. Ich bin gespannt. Wetter sieht wirklich wieder richtig gut aus. Jetzt um acht erst mal wie gesagt Gear Check. Dann fahren wir die Autos alle weg. Dann werden wir zum Trailhead geschuddelt und dann geht's los. Gear Check. Hier liegt jetzt alles, was ich mitnehme. Fange ich mal an. Hier sind es Essen und Snacks. Tüffel, Löffel. Ich habe jetzt diesmal auf umpacken verzichtet, weil es glaube ich besser ist, wenn wir hier alle Wasser dann immer kriegen. Tracking Pools, Kamera, Technik und Batterien. Für so einen kleinen Ausflug ein extra Rucksack. Hygiene. Erste Hilfe. Das ist das, was ich tragen muss. Hat jeder so ein Paket bekommen. Hat man noch extra kriegen. Trinkblase fülle ich gleich noch mit Wasser. Eine, mal gehen. Campschuhe. Meine Jacke. Meine Klamotten. Stuhl muss mit. Ich glaube, ich bin die Einzige, aber egal. Zelt. Schlafzeug. Das kommt jetzt alles in den Rucksack. Alles verstaut. Zwei Autos. Kurz vor elf. Wir sind am White House Trailhead angekommen. Hier ist gleichzeitig ein Campground. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es jetzt hier erst noch mal Lunch. Bevor wir dann wirklich loslaufen. Jetzt auch noch mal das letzte, sozusagen zivile Klo. Alles andere müssen wir dann mittragen. Ab heute wird es in eine Tüte gemacht. Außer wenn ich hier noch mal muss. Ganz gut besucht, der Campground. Hier in Ybsenburg. Ein paar Stellen, die echt schick aussahen, muss ich sagen. White House Trailhead. Gehen wir gleich los. Wir sind jetzt hier am White House Campground. Und die nächsten fünf Tage werden wir hier langlaufen. Bis nach Lies Ferry. Kurz nach halb zwölf. Es geht los auf die erste Etappe. Wir sind auf die erste Etappe. Auf die erste Etappe. Wir sind jetzt hier am White Houseitsu. Schuhe das erste mal nass und werden sie wahrscheinlich heute auch nicht mehr trocken. Schuhe das erste mal nass. 3,5 Kilometer, eine Stunde gelaufen. Wir machen eine erste kurze Pause, Rucksäcke ab. Hier sind ein paar Petroglyphs an der Wand. Mal schauen, ob ich sie jetzt sehe. Hier über der Kante ist so ein bisschen was. Irgendwo war hier gerade etwas deutlicher. Das sieht man sehr schlecht zu erkennen. Hier, gerade hier hoch, sind auch ein paar. Ich werde mal versuchen, ein paar Fotos zu machen. Das ist wirklich schwer zu sehen. Hier oben ist eine Bärenkralle. Pause beendet. Alle haben die Rucksäcke wieder auf und dann geht es gleich in diese Richtung wieder in die Sonne. Sieben Meilen sollen es heute werden. Mal schauen, wie Sie sehen. Ich bin vor dem, wenn Sie jetzt hier sehen. Ich bin hier noch ein paar Wimper. Ich bin hier noch ein paar Wimper. Also, wie du siehst, sind die Rucksäcke wieder in die Sonne. Ich bin hier noch ein paar Wimper. Ich bin hierher, weil die Rucksäcke wieder in die Sonne ist. Ich hoffe doch, dass wir haben, ruhig. Ja, haben wir jetzt gerade nochmal. Wir haben ca. 15-20 Minuten Pause gemacht. Und jetzt geht es weiter. Wir haben jetzt 7,1 Kilometer geschafft. 7,7 Kilometer. Jetzt wird es etwas enger. So genannten Naros. Ja. 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 jetzt wird es interessant jetzt kommen die schönen farben es wird enger es wird orange richtig schön es ist ein bisschen schlippery hier Ja. 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 A couple quick shots. Woo! Cool! My muddy debut. My part 99 was you all think, did I really want to get rid of the hammers? No. I can't remember. I can't remember. I can't remember. 12 km. Kurz vor unserem Campspot heute. Slide Rock Arch. Nicht wirklich ein Arch. Aber er nennt sich so. Sieht ziemlich cool aus. Von einer Seite genauso. Da lang gehts gleich weiter. Da haben wir jetzt ein paar Wolken über uns. Die ersten richtigen Wolken im ganzen Urlaub. Aber es ist noch warm. Ich bin ja. Die Seite ist das weg. Ja. 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 Ja, das war's. Und wir haben noch ein Quickstand. Wir haben noch ein Quickstand. Wir haben noch ein Quickstand. Ich würde sagen, das ist die beste Quickstand. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist so... Es ist so green. Ja, das war's. Ja, hier ist es. Wir haben unser Ziel erreicht. Hier unten werden wir die Kitchen Area machen. Die Guides wollen da schlafen und noch vielleicht ein, zwei Zelte. Mal schauen. Ich würde es ja eigentlich da vorn gerne hinstellen. Ich gehe erstmal hier hoch mit. Mal gucken. 17.30 Uhr. Wir haben das Lager erreicht. Hier bauen wir jetzt auf. Und wie immer, zuerst der Stuhl und vor allen Dingen die nassen Schuhe aus. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt gleich trockene Schuhe anziehen kann. Und dann baue ich das Zelt auf. Wooh! 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 Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ja, genau. Du willst guacamole? Ja, bitte. Herbal Peas. Herbal Peas. Danke. Danke. Of course. We're getting somewhere. We're getting close. Do you want that big lid on it? Danke. 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 Danke.